Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und heute wieder mit meinem kleinen Konto. Auf Wunsch vieler Kursteilnehmer und Trader. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen. Nach 17 Tagen bin ich nun bei 2672,71. Das entspricht einem durchschnittlichen Tagesgewinn von 97,16 nach 18 Tagen. Meine Staffelung sind 440, 100, 250 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftstaten an. Heute ist ein typischer Montag mit relativ wenig News. Nun suche ich mir einen Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten und mache zwischen 2 und 5 Trades. Britisch Dollar, US Dollar, äh Britisch Fund, US Dollar steige ich. 1 und gleich nochmal Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Noch 10 Sekunden. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Das ist ein Tagesgewinn von 103,60 Euro. Nun bin ich bei 2776,31 Euro. Bis zum nächsten Mal. addios. Tschüss.